Wo? 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 Ich wurde getauscht! What? Marcel? Loh, ja auf einmal steht hinter mir ein anderer. Hey Leute und willkommen zu einer Runde Trappist-Game mit dem lieben Life of Potato. Wo bist du? Da stehst du. Okay, wenn du sehen könntest wie ich gerade gewunken habe. Okay, wir sind in Teams erlaubt und los geht's! Hä? Ich wurde voll weggeschleudert. Das ist nicht legal. Ähm, wo bist du? Äh, ich bin hier am Spawn, warte mal, guck, hier, hier, hinter dir. Da, hinter dir. Lauf, lauf! Da ist ein blaues Raub hier. Ich brenne immer noch. Kann das gleich mal aufhören zu brennen? Aber ich denke nein. Ich brenne immer noch, Digga. Okay, jetzt nicht mehr. Hinter dir! Oh, hilf mir! Oh, oh, oh. Oh, oh. Ich hab ihn! Ich bin fast tot! Jo, gut. Ey! Irgendwann ist noch mal gut. Guck mal, hier sind wir. Hast du ein Eisen? Nee, aber ich hab noch ein Steinschwert. Hinter uns sind zwei, hinter uns sind zwei, hinter uns sind zwei. Und denn ist einer. Nein, da war noch einer. Peter ht. Peter ht. Lol. Wieso leckt das aber so? Du wirst zurückgewählt. Oh, nee. Ja. Nein, ich konnte ihn nicht treffen. Lol. Ja, Hex. Hex. 1.8 ist scheiße. Hex. Hex. So, und ich... Ah, ich hab gestoßen. Gut. Ah, äh, Alex hab ich schon... Hast du doch die Fresse? Ja. Nee. Hast du einen Diamanten oder einen Eisen? Nein. Immer noch nicht. Darf ich dich töten? Aber ich hab hier einen Chicken. Meine Fresse, Alter, es kann doch nicht dein Ernst sein, dass du mir ausgerechnet hast, den letzten Hit. Okay, hier sind zwei Kissen. Da ist einer, da ist einer, da ist einer. Wo, wo, wo? Wo? Ich wurde getauscht! What? Marcel? No, ja, auf einmal steht hinter mir ein anderer. Trap-Service ist voll nicht witzig. Hey, mein Inventar wurde sogar get... No. Mein Inventar ist leer. Getrapped-leert? Ja, getrapped-leert. 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 Ah, Leute. Ich hab keinen Kompass. Ich hab keinen Kompass. Ich renne auf jeden Fall zu allem, was ich jetzt finde mit dem Kompass, Alter. Guck mal, da ist Lolo. Lolo-Hacki. Guck mal, da ist Lolo-Hacki. Oh, da ist auch ne... Ich bin ein Hippie. Kommt denn hier ein? Was ist denn bitte schön ein Hippie? Weißt du nicht, was ein Hippie ist? Nein. Also, was ist denn der Unterschied? Also, was passiert denn, wenn ich ein Hippie bin? Ein Hippie. Wenn ich ein Hippie bin in diesem Scheiß-Kack hier. Boah, ich weiß es nicht. Spielen muss das grad zum zweiten oder dritten Mal. Ich auch. Oh, nee. Oh, Alter. Hier. Ich pack alle meine Skills aus. Oh, der hat einfach cool Rüstung und ich denk mir einfach so, Jalla. Jalla, Jalla, Jalla. Oh. Jalla, Jalla. Jalla, Jalla. Oh, Gott, Alter. Bald. Ey, ich bin übrigens ab morgen in Blocktown von TheMine.07 drin, ne? Ja? Ja, Mann. Okay. Ist das nicht cool? Was ist das? Blocktown ist einfach nur so ein großes Minecraft-Bau-Projekt. Hä? Ich hab eine Feuerwerkskiste geöffnet. Hallo, hier bin ich! Hallo! Komme. Wo genau? Ein Jalla? Lol, ich hab... Trank der Regen. Jetzt hab ich ein Eisen. Ne, ich hab auch drei davon. Ach, jetzt... Ich hab eine Sprungkiste. Eine Sprungkiste? Ich spring jetzt ganz hoch. Hihi. Ich wurde getauscht. Nicht mal im Mittag. Gut. Jalla. Ich hab eine Dingenskiste. Ich hab ein verzaubertes Eisenschwert. Und du so? Äh, ich hab ein Steinschwert. Ich hab deine Mutter gefickt. Ja, wieso zeigt der Kompass die ganze Zeit zur Mitte, Digga? Was ist das? Was ist das für eine Scheiße? Du trackst nur den Spieler, deine Mutter fickt dich, Alter. Deine Mami. Ich sag deine Mutter und der Spieler heißt deine Mami. Was? Hä, wo steht denn deine Mami? 69. Das ist auch gut. Der ist glaube ich so alt, der weiß gar nicht, was 69 ist. Äh, so jung. Egal. Oh Gott, Alter. Muss man nicht verstehen. Einfach machen. Einfach, einfach machen. Dick Johnson can't kill the penis penis. Watze, watze. Was? Ich find keine Gegner mehr. Lolo, it's mine. It's mine. Ey, das ist ein cooles Wortspiel. Ich glaub ich klau mir den Namen. Ja? Okay, warte. Slash. Change Name. Ne, ich nimm Lolo. Unbekannter Befehl. Hä? Wie geht das? Weil der Wörter. Tracker. Spieler. Deine Mami. Deine Mami. Deine Mami. 69. Der ist nur noch 50 Blöcke von mir entfernt. Ich hab ihn gefunden. Ne. Ne, ey. Ich find die ganze Zeit schon keinen Spieler, Alter. Ich renne hier die ganze Zeit rum wie so ein Behinderter. Marcel! Ja? Renn zurück, wenn du lowlife bist. Okay, ich renne zurück. Lol. Der war voll easy. Und du hast ihn mir wieder geklaut? Du bist so ein hässlicher Knecht, Mann. Ohne Witz. Oh Mann, wie kann man denn... Ach, hier im Deathmatch dürfen wir keine Teams machen, ne? Wir machen einfach... Du gehst auf den einen, ich geh auf den anderen. Das ist das Fährste. Digga, was ist das für eine Scheiße? Warum klaust du mir jeden Kill, Alter? Warte, hier. Dafür bekommst du was. Dafür bekommst du hier so Goldschuhe. Die musst du austauschen. Komm. Am Arsch, leck mich. Du kannst mir die Klöten lecken. Aber propos, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Hä? Zack. Ich hab 22 Poppys. Ist das nicht cool? Ach, deswegen bin ich... Bei einem Hippie kriegst du ne Blume. Jetzt hab ich das verstanden. Das ist extrem cool, Alter. Ja, damit kann ich echt... Ja, damit kann ich in den Krieg ziehen. Damit gewinne ich bestimmt Survivalgames. Oh. 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 Oh, wolltest du mich hauen? Okay, so. Nein. Nein. Das bist du. Das bin ich! Bist du... Au! Lolo. Lolo, kommst auf mich. Wir können sehen, dass der AFK ist. It's mine. Hab Lolo getötet. Beheekt. So. So. Komm direkt weiter, oder? Nein, Digga. Ich hab kein Leben. So. Hör auf! Ey! Sack sich, du. Lass mich doch erstmal raggen, Mann. Wer warte denn wie hier? Komm. Trinkst du... Das ist ne Direktheilung. Hab ich doch auch. So. Oh. Warte. So. Jetzt können wir von mir aus anfangen. Nicht! Leck mich. Hä? Ne. Au! Das tut weh! Hör auf damit! Komm zurück! Stirb an Aids! Stirb an Aids! Ja, du doch! Wie du hackst! Wie du ein Huren-Sum bist! Wie du hackst, Alter. Vier Herzen genau. Hm, Hacker. Ja, ja, ja. Komm, dann können wir noch eine Runde hinten dranhauen, oder? Ja, okay. Na los. Gleiiiih! Und wir kommen zurück zu... ...Trips of our games. He, ich glaub das sind Ender Games. Oh, fell. Wo bist du? Die Laterne? Ich geh lefte. Ich geh lefte, ja. Lolo ist wieder dabei. Lolo. Lolo, sag mal hallo YouTube. Oh, ich wurde genockbacked. Wo bist du? Sag ich dir nicht. Ich renn grad weg. Ne, bitte komm. Einer hat ne Diabos! Ja komm, den snacken wir weg. Den Huren, sonst. Der geht hoch, der geht hoch, wir gehen auch hoch. Habe ich gerade mal so beschlossen. Okay. Da oben ist noch einer. Dann lass ihn. Alter. Wenn wir den kill, ne? Was? Geh los? Das wusste ich nicht. Hab ihn. Hab ihn. Hab die Diabrust. Hab die Diabrust. Nein, du schützt mich. Was? Ja, ich bin hinter dir. Schlock ihn zu mir. Ich bin nicht so schnell. Ich hab drei Herzen. Okay, jetzt kommt's. Drum run. Zack, zack, zack. Und er ist hinter dir. Und lol, du hast du noch. Woah. Er ist ein Tier. Er hat ein Tier. Ja, er hat ein Tier. Du bist ja echt. Ich hab's nur ein normales Schwert. Und hast du Essen? Ich wurde getauscht. Nein. Oh. Ah, nein. Diabrust. Save my life. Okay, gut. Wo bist du? Oh, warte. Ich komm mal. Oh mein Gott. Alter, ne? Warte mal so. Ähm. Ich such dich. Aber ich find dich nicht. Kann sein, dass du hackst. Pst. Ich seh einen auch mit Nadie Abos. Ähm. Ich seh schon die D-Abos kommen, Alter. Wo bist du? Weil ich mich auch kam. Ach nee, krass. Ich bin gleich da, wo wir den Typ geklatscht haben. Hä? Ja. Ah, Marcel. Uh. Uh, 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 uh. Der liegt einfach in dir am Wasser, ne? Echt? Jetzt hab ich drei. Ne, jetzt haben wir insgesamt drei. Okay. Hast du einen Stick? Nein, gib mal die Pfeile, bitte. Dann kriegst du den Stick. Ja, okay. Danke. Hier. Oh, fuck. Shit, fuck, shit, fuck, shit, fuck. Ne, ich glaub ich komm ja nicht mehr raus. Da kommt Random Loot runter. Das ist richtig gut, glaub ich, oder so. Lol, es laggt. Wo bist du? Ja, bei dem Typ. Hä? Nein, der Server hat grad gelaggt. Oder ich hab gelaggt. Hä? Alle haben anscheinend gelaggt, außer mir. Ich hab erstmal einen geklatscht. Wo bist du denn? Da bist du, da kommt einer, da kommt einer. Hier, guck mal, da ist einer. Nicht, au. Ich hasse mich nicht. Ja, ja. Ja. Guck mal, ich hab ein Happy Kid. Das heißt, ich hab 24 Moons. Boogenskills. Ja, ich hab ihn getroffen. Und du hast ihn gekriegt dadurch. Oh, Dream Team. High Five, komm. Komm. High Five. Okay, so. Ähm. Healing. Coaching. Oh, geil. Wie viele? Achtung, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Da oben ist einer. Leute, oh Gott. Bitte hab noch weniger. Danke für deinen Essen, du Huansohn. Äh, ich mein, du siehst der kleiner It's Mine. It's Mine? Hä, war das It's Mine? Ja, der war letzte Runde auch schon dabei. So, guck mal. Er dreht sich um. Er dreht sich um, kriegt auf die Fresse. Der denkt sich so, hä? Hä? Ich hab hier ne Eisenbrust für dich. Ich hab vier Dias. Ja, dann lass in die Mitte uns Dias weiter machen. Komm. Okay, go. Ah, lol. Ne, ich mach mir erstmal Diaboots. Nein. Gott, mit. Gib mir mal zwei Dias gleich. Okay, komm. Oh! Voll gegen Komp. Au! Voll gegen Kaktus. So. Ähm. Gib mal bitte zwei. Oder ich geb dir noch einen Stick. Dann lass dich jetzt k bunny mit dir. Bitte schön. Ich hab's schon, hier hinter dir. Här Рааааа Lol. Achso, ich hab's eingenommen. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. paljon. Lol. Mann! Da kommt einer. Diabos. Hä? Ach, da ist doch gar kein... Hauptsache die juckt's nicht. Ich hab nur noch einen Pfeil, ne? Ja gut, ich hab gerade alle meinen verschossen, aber ich hab den viermal getroffen oder sowas. Mit meinem Steckeneinsbogen. Ich hab zwei Pfeile. Oh nein, war gar kein Steckeneinsbogen. Okay, gut, keine Teams. Wo bist du? Lolo! Lolo denkt sich einfach so jalla. Jalla, jalla, jalla. Jalla, jalla. Jalla. Boah, die rackt mich aber ordentlich. Die hegt. Hätte ich nicht so eine coole Range. Ich hab den Rangeshack. Gibt's nicht mehr die Diabos? Wirfst du sie einfach so hin und dann rein weg. Hä? Jetzt ist doch eh. So. Fair. Jetzt hintergeh ich dich so. Komm, ich schmeiß dich in die Lava. Das wär richtig Hurensohn von dir, ne? Ohne Witz. Gib mir mal so ein Diabos-Panzer. Achso, hier, bitteschön. Ja, und der wirft uns Crap. So, okay, kann jalla gehen. Jalla ist einfach das Wort für alles. Kann's losgehen? Du kleines Stück Scheiße, Alter. Ohne Witz. Lol. Ja, genau wie das rumlenkt, Alter. Oh. Egal. Du Ping-Player, Alter. Ohne Witz. Nein, ich hab keine Pfeile. Hierzu wollte ich einen auf Jana machen, Alter. Oh, der Bow spammt. Oh, nee. Du Hacker. Ja. Komm, die gehör ich mir noch. So. Nerv mich nicht, du Hurensohn! Wie hast du denn sieben Herzen? Hast du Regenerationstrank genommen oder was? Nee. Also ganz am Anfang, aber der ist schon weg gewesen. Lol. Toll. Ich bin Ping-Player mit einer lächerlichen 28er-Pink. Komm. 39, komm. Okay, gut. Dann würde ich sagen, war's das für heute. Bis zum nächsten Mal, wenn's wieder heißt Schlechte. Ach, egal. Jetzt die Nero ist scheiße. Schaut mal bei ihm vorbei und lasst ihm ein Dislike da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.